Blue Screen, der Tech-Podcast. Das nehmen wir dann raus, nehme ich an. Der Kim Nowak und der Robert Wortmann, die Jungs betreiben einen eigenen Podcast, wie gesagt, Breach FM. Da geht es ganz schwer um das große Thema IT-Security. Ja Jungs, ich würde sagen, stellt euch doch am besten mal direkt selber vor und erzählt mal so ein bisschen, was ihr so macht. Ja, also mein Name ist Kim, Kim Nowak. Bin Incident-Coordinator bei der Firma Trend Micro. Komme generell aus dem eher technischen Umfeld. Bin die letzten Jahre in der IT-Security im weiteren Rahmen tätig und genau, habe mit Robert zusammen vor einiger Zeit einen Podcast begonnen. Genau, da erzählen wir vielleicht später, wie es dazu kam. Okay, danke. Ja, das heißt, ihr seid da ganz tief drin in der Materie. Wie gesagt, Robert und ich, wir kennen uns auch aus dem Bereich von meinem vorherigen Arbeitgeber. Ja, jetzt habt ihr Breach FM, ich glaube, letztes Jahr ins Leben gerufen, euren eigenen Podcast. Wie kam es dazu und warum macht ihr das? Beziehungsweise, wer ist denn da eure Zielgruppe? Oha, also ich kann sagen, wie ich dazu kam vielleicht und dann kann Robert den großen Rest erzählen. Also ich kam dazu, weil Robert erzählt hat, dass er einen Podcast machen möchte und ich ihm gesagt habe, ey, mach bitte ordentliches Audio, sonst muss ich mich aufregen. Ich glaube, so kam es dann dazu. Also ich war tatsächlich nicht wirklich eingeplant. Ich hatte auch nie geplant, irgendeinen Podcast zu machen und ja, bin dann irgendwie da reingerutscht. Ich finde die Frage eigentlich ganz gut, weil die haben wir uns, glaube ich, noch nie so richtig gestellt. Also wie es dazu kam. Ja, also wir haben einen internen Podcast, den ich ins Leben gerufen habe bei Trend Micro. Einfach so ein bisschen für Wissensweitergabe, Themenplatzierung, Use Cases durchsprechen. Also wirklich mal auf eine niedrigschwellige Art und Weise Informationen weiter zu verbreiten, weil wir natürlich auch das Problem hatten, dass jeder irgendwelche Videos aufgenommen hat, Webcasts und sonst was und einen Podcast kannst du halt doch eher mal beim Autofahren oder so hören. Und ja, dann hat Kim gleich, bevor die erste Folge rauskam, glaube ich, gemeckert über das Audio, was er noch gar nicht gehört hat. Und dann ist, glaube ich, nach und nach die Idee daraus entstanden, dass wir, wieso sollten wir das nicht auch extern machen, weil wir insbesondere in den Folgen, die wir intern gemacht haben, immer mehr Themen hatten, wo wir jetzt auch gesagt haben, hey, die wären vielleicht auch für die breitere Masse interessant und den Rest deiner Fragen, Zielgruppe und so weiter. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die Frage haben wir uns nie gestellt. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung aus, dass wir durchaus sehr technische Aspekte reinbringen, aber nicht zu technisch werden in der ganzen Thematik. Und ich glaube, dass uns einfach eine relativ breite Gruppe von Menschen hören kann. Vielleicht versteht man hier und da das eine Mal nicht. Vielleicht ist das andere Mal ein bisschen zu high level. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Leute aus der Branche finden sich ganz gut in den Themen zumindest wieder. Das ist auch so das Feedback, was wir bekommen haben. Und ja, bisher ist es für uns und anhand unserer Ansprüche, die wir nicht formuliert hatten, ein voller Erfolg. Ja, das merkt man auch bei der Platzierung. Ich verfolge auch das Ganze in den Podcast Charts, weil ich natürlich unsere eigene Platzierung auch immer so ein bisschen im Blick halte. Und es scheint ja zu funktionieren, definitiv. Und ich muss ehrlich gestehen, ich empfehle manche Folgen tatsächlich auch dann Kunden, weil gerade so diese Themen so im Breakout, wie zum Beispiel eben auch dieses Interview mit dem Herrn Keck, da werden wir nachher auch nochmal drauf kommen. Und das ist halt was, das kann ich so gar nicht wiedergeben, weil ich ja selbst noch gar nicht in der Situation gewesen bin. Bringt uns dann aber auch direkt zum Hauptthema, nämlich was tun, wenn es brennt. Ihr seid ja häufig dann auch wie die Ghostbusters. Also wenn es dann schon zu spät ist für den Kunden, dann kommt ihr ins Spiel. Und da würde mich vor allem jetzt mal in erster Linie interessieren im Bereich Incident Response und das ist, glaube ich, eher Kims Baustelle. Ja. Wie läuft denn das ab? Also wann wirst du denn zu einem Kunden geholt und was tust du dann da? Ja, das ist eine große Frage. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Also man stellt sich natürlich immer so vor, dass es wir eigentlich geholt werden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, weiß ich nicht, Systeme sind alle verschlüsselt. Das ist ja so der Klassiker, weil man sagt, jetzt gucke ich mal, dass ich Incident Response ins Haus kriege. Das muss nicht immer der Fall sein. Also im besten Fall kommen wir schon ins Spiel, wenn es die ersten Anzeichen gibt. Das heißt, wenn irgendwie festgestellt wird, keine Ahnung, das Admin-Passwort wurde geändert oder ein neuer User wurde irgendwie erstellt und der ist plötzlich Domain-Admin und keiner weiß, wo das herkommt. Und das ist so der beste Fall, dass wir dann reinkommen und sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal an, was ist passiert. Ist überhaupt was passiert? Wir versuchen diese ganze Kette letztendlich aufzuhalten, sodass es halt zu Data Exfiltration, also zum Stehlen von Daten und der Verschlüsselung der Systeme und dann der anschließenden Lösegelderpressung gar nicht kommt. Das ist natürlich Best-Case-Szenario. Das haben wir eher so bei den eigenen Kunden, weil die halt vielleicht dann, die setzen dann die Produkte ein und kriegen dann durch unsere Produkte eine Information, dass dort irgendwie Passwörter ausgelesen wurden. Und dann melden die sich bei uns und sagen, hey, könnt ihr euch das mal angucken? Wir arbeiten aber auch für Nicht-Trend-Mikro-Kunden. Das heißt, im Prinzip kann uns jeder anrufen oder sonst wie kontaktieren und sagen, hey, wir haben hier einen Vorfall, könnt ihr uns mal helfen? Also wir sind da quasi wie jeder andere Incident-Responder auch. Das heißt, das sind dann eher die Kunden, die wirklich anrufen, wenn sie sagen, okay, Systeme sind verschlüsselt, wir haben hier eine Ransom-Node, wo halt drin steht, zahlt mal Bitcoin oder was auch immer, um die Systeme wieder ins Laufen zu kriegen. Also diese Geschichten, das ist dann, wenn wir loslegen. Der Ablauf ist dann in der Regel, dass wir sowas, wir nennen es dann Triage-Call, das heißt, wir sprechen erst mal mit den Leuten und gucken halt erst mal. Weil das Verständnis von, was ist ein Incident, das ist nicht bei jedem gleich. Das heißt, man muss da erst mal so auf einen Nenner kommen und man muss dann natürlich die Voraussetzungen abstecken, auch können wir den Fall überhaupt annehmen? Ja, also wir sind im Vergleich zu sehr großen Firmen sind wir ein relativ kleines Team. Das heißt, wenn jetzt da der Kunde kommt und sagt, ah, wir haben irgendwie 47.000 Server in 16 Rechenzentren verschlüsselt, könnte das sein, dass das ein bisschen groß für uns ist. Das sind natürlich alte Sachen, die müssen wir abstecken. Würden wir dann andere Firmen haben, die wir empfehlen können? Das heißt, wir arbeiten da tatsächlich auch mit Partnerunternehmen zusammen, wo wir dann die Kunden nicht komplett wegschicken, sondern sagen können, hey, pass auf, wir kümmern uns darum, dass ihr jemand anderen kriegt. Und genau die eher mittelgroßen Fälle, die bleiben dann quasi bei uns hängen. Genau, dann geht es dann halt erst mal darum, was ist passiert? Was machen wir überhaupt? Das heißt, wir müssen erst mal vorstellen, okay, was machen wir denn Incident Response mäßig? Hauptteil ist Forensik, die wir machen. Das heißt, wir analysieren halt, was ist passiert? Warum ist es passiert? Wie kamen die Angreifer rein? Und der zweite Teil ist quasi ein Monitoring. Wir nennen das dann Breach Assessment. Das heißt, wir schauen dann, ist der Angreifer noch drin? Haben die noch eine Backdoor irgendwo, die wir vielleicht in der Forensik nicht gesehen haben, weil die nicht aktiv ist oder sowas? Und begleiten dann quasi aus Security-Sicht den Kunden oder die Kunden beim Wiederaufbau der Umgebung. Das heißt, meistens, wenn das Active Directory zum Beispiel kompromittiert ist, dann ist es in der Regel so, dass alles neu gebaut wird. Während dann alles neu gebaut wird, kümmern wir uns auch um das Monitoring, dass dann halt nicht schon wieder was passiert, weil das auch ganz gerne vorkommt. Und dass halt die Angreifer wirklich sagen, okay, wir haben halt nicht nur eine Backdoor, die vielleicht entdeckt wurde, sondern wir haben drei, vier, fünf, was, was auch immer. Oder haben einfach ganz blöd gesagt ein Passwort von irgendeinem User. Das heißt, nach drei Wochen, wenn wieder alles aufgebaut ist, sagen wir nach drei Monaten, kommen die halt wieder rein und machen das gleiche halt nochmal und erpressen halt die Firma wieder. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und genau, letztendlich von der Forensik her kann man sich das so vorstellen, dass wir einfach einen Datensatz von, weiß weiß ich, Millionen, Milliarden Einträgen und Artefakten und so weiter so weit komprimieren, dass wir im besten Fall in einem Report, den es am Ende gibt, darstellen können, dass es passiert. Das ist die Timeline. Da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. Und ganz am Ende fallen da sozusagen Empfehlungen raus, dass wir sagen können, okay, wir wissen, dass das passiert ist, weil und hier in Zukunft sind die drei Schritte, um das zu verhindern. Das ist jetzt so sehr grob zusammengefasst, das, was wir tun. Ja, danke dir. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Man kann euch anrufen, auch wenn man jetzt kein Kunde von Trend Micro ist. Ich gehe mal davon ganz schwer aus. Das läuft aber nicht so ab, dass ich jetzt einfach... Eine Nummer wähle und dann wird mir sofort geholfen. Also ich gehe mal... Ehrlich ist das so. Genau. Also wenn du diese Nummer, die ich jetzt nicht sage, aus Gründen, wenn ich die jetzt nennen würde, dann würde bei mir tatsächlich das Telefon klingeln. Und bei dem einen oder anderen Kollegen noch. Das ist halt so eine Nummer, die halt geroutet wird, sage ich mal. Das ist auch die Nummer, die beim BSI gelistet ist. Das heißt, wir sind auf der BSI-Liste der Incident Responder mit drauf. Und so kommt es auch durchaus vor, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit dort mal das Telefon klingelt. Und es dann heißt, hey, wir haben eure Nummer beim BSI zum Beispiel erfahren. Oder vorher auch immer. Genau, das ist so die Hotline. Die ist auch nicht mit 100 Leuten 24-7 besetzt, muss man dazu sagen. Sondern das sind eher zwei, drei Leute, inklusive meiner Wenigkeit, wo es dann halt klingelt. Okay. Das heißt, ich muss mich nicht einkaufen. Wie jetzt bei einer Versicherung zum Beispiel, dass ich erst Geld in die Kasse werfe, damit ihr dann überhaupt mit mir sprecht. Also sprechen kann man mit uns immer. Kostenpflichtig wird es dann natürlich irgendwann schon. Das ist das, warum wir diesen Triage-Call haben. Also auch dem Kunden natürlich verstehen zu gehen, was machen wir denn und was machen wir vielleicht nicht. Und was kostet es und wie lange dauert es. Ja, weil es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und ich kann ja Preise nennen. Wir sprechen bei uns von 3.000 Euro pro Tag. Es gibt Firmen, die nehmen 20.000 Euro pro Tag. Es gibt auch welche, die nehmen 50.000 pro Tag. Da sind dann halt 17 Leute involviert. Ja. Und das geht rund um die Uhr. Das ist also sehr unterschiedlich. Und es muss dann am Ende der Kunde oder das Unternehmen entscheiden, was will ich denn? Reicht es mir, mit so einem kleinen Team zusammenzuarbeiten? Und das ist eher meine Empfehlung, weil kleineres Team ist oft besser. Habe jetzt vor kurzem die Erfahrung gemacht mit einem extrem großen Incident-Responder, wo wirklich in jedem Meeting 20 Leute von dieser Firma saßen. Das ist schön. Das ist sehr alles formell und das ist alles sehr durchgetaktet. Es kostet natürlich auch entsprechend und es dauert tatsächlich wesentlich länger, als wenn wir den Fall alleine gemacht hätten. Muss man einfach sagen, also im Durchschnitt machen wir so 10 Tage. Das ist so der Standard. Manchmal werden 15 raus, je nachdem. Und wenn hinterher vielleicht noch ein Breachassessment erfolgt, vielleicht nochmal irgendwie ein paar Tage. Aber das ist schon so das Maximum. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es eben nicht so ist, wie zum Beispiel eben eine Versicherung, dass ich erst bezahlen muss, damit man mit mir spricht. Ihr seid quasi wirklich wie die Feuerwehr. Genau. Ich werde auf jeden Fall in die Shownotes nachher mal die Publikation vom BSI mit verlinken, damit interessierte Hörerinnen und Hörer sich das mal angucken können, wen man da sonst noch so anrufen kann. Wir haben für uns selber auch festgestellt, wie wir das Thema bei uns in einem internen Lenkungskreis hatten. Könnten wir das selbst übernehmen, wenn es bei uns mal so weit ist? Und ich behaupte mal vielleicht ja, aber nicht mit der Ruhe, die wir natürlich bräuchten dann dafür. Und ich glaube, allein deswegen ist die Tätigkeit von euch, von dir an der Stelle schon super wichtig, weil wir sind natürlich dann persönlich betroffen. Und jeder Kunde, den es erwischt, ist natürlich auch persönlich betroffen. Insofern würde ich die Frage gleich mal in Richtung Robert weiterschieben, nämlich auch, was heißt denn das eigentlich, wenn ich einen Ransomware-Befall im Unternehmen habe? Was passiert dann mal von der Lösegeld-Erpressungsforderung abgesehen? Wie läuft sowas ab? Was kann ich mir darunter vorstellen? Und gerne auch an der Stelle, wie gesagt, Richtung dem Interview mit dem Thomas Keck mal geguckt. Ich glaube, Folge 4 war das bei euch. Werde ich auch verlinken. Um das mal, da kann man den Schmerz so richtig schön, also in Anführungszeichen, schön raushören. Also es ist natürlich erstmal wieder komplett unterschiedlich. Also wie Kim gesagt hat, wir haben Situationen, die relativ früh bemerkt werden. Das heißt, die kann man auch auf allen Seiten dann, ich sag mal immer, relativ ruhig behandeln, weil tatsächlich ganz oft auch der Tagesbetrieb in einem gewissen Umfang relativ normal weiterlaufen kann, weil man tatsächlich jetzt eben nicht eine Verschlüsselung oder eine aktive Datenexfiltration oder so weiter bearbeitet, sondern halt wirklich, man bearbeitet erstmal einen kleineren Vorfall. Wenn wir jetzt über den großen Vorfall reden, dass uns wirklich jemand panisch anruft, dann muss man natürlich sagen, ja, dann ist es ganz oft dieser typische Headless Chicken Mode, auf den wir treffen. Also wir haben es leider auch, ich glaube, Kim kann es bestätigen, allzu oft, dass Firmen nicht sofort anrufen, selbst wenn sie bemerken, dass es ein großer Vorfall ist, sondern tatsächlich ein, zwei, manchmal drei Tage, vier Tage versuchen, das selbst zu lösen. Und das ist oft das allergrößte Problem. Und ich würde dir im ersten Moment erstmal zustimmen, es ist ganz oft ein psychischer Faktor. Man ist zu nah dran an der Situation. Das sind Systeme, die man selbst aufgebaut hat, die Firmen sind oder die Mitarbeiter hier in Deutschland sind oft, man kennt es ja aus jeder Vorstellungsrunde, ich bin seit zehn Jahren da, der andere sagt, ich bin noch länger da. Den Leuten hängt ja auch irgendwie, die hängen emotional an dieser Firma. Gründer, die dann teilweise noch Geschäftsführer sind, rede ich gleich drüber. Auch das ist natürlich ein Riesenpunkt. Man hat sich da über 20, 25, 30 Jahre was aufgebaut und man sieht es gerade so ein bisschen davon schwimmen. Ich sage immer nicht komplett davon schwimmen, also diese ewigen Panik-Stories auf LinkedIn und Co. Hier, die Firma ist wieder insolvent wegen Cybervorfall. Es gibt diese Stories. Ich sage aber auch immer dazu, da ist oft auch ganz viel mehr Wahrheit dabei, als nur dieser IT-Security-Vorfall. Also das sind oft Firmen, die eh völlig am Ende sind. Die allermeisten Dinge tun unglaublich weh, finanziell, emotional, operativ, aber man kriegt sie wieder gebacken. Also Kim, ich weiß nicht, ob du jemals persönlich eine Insolvenz mitbekommen hast. Ich nicht, in keinem Fall. Die Insolvenz tatsächlich nicht bisher, aber wenn wir es jetzt schon ein paar Mal verwiesen haben, Thomas Gepp bei der Elaps AG. Ja, spricht da selber drüber, deshalb spreche ich da drüber, ja. Muss man dazu sagen, normalerweise gehen keinerlei Informationen natürlich aus diesen Fällen nach außen. Es sei denn, die betroffene Firma selbst spricht da drüber. Bei denen war es halt wirklich so, ging halt darum, nachher Lösegeld zahlen, ja oder nein. Firma auflösen, ja oder nein, ja. Also das war wirklich haarscharf. Ich weiß die Zahlen natürlich nicht, weiß nicht, wie viel dahinter steht. Aber wenn man sich das anhört und der Thomas erzählt es, dann ist das schon sehr glaubwürdig, dass das halt echt eine knappe Nummer war. Genau, also in dem Podcast, auf den wird immer wieder hingewiesen, wenn über unseren Podcast geredet wird. Wir hören auch tatsächlich relativ viele Kunden von uns diese Folge immer wieder an. Thomas Keck spricht da, das ist der Gründer und Geschäftsführer von, wie soll man es denn, Hoster, lokalem Hoster. Kim, trifft es glaube ich ganz gut, von der Elaps AG. Also der spricht wirklich in kompletter Reihenform, komplett offen, nennt seinen Firmennamen und spricht eigentlich komplett darüber, vom ersten Anruf mit, hey Thomas, hier läuft gerade irgendwas total schief. Ich glaube, der war gerade im Urlaub in Valencia, wenn ich mich nicht täusche, frühmorgens bis hin zu, wir überlegen uns das Lösegeld zu zahlen. Spricht ja wirklich mehr oder weniger komplett ohne Filter darüber, was in ihm vorgegangen ist. Das heißt, es geht relativ wenig um die technische Seite, was ablief, sondern ganz viel darum, was lief vielleicht auch schief. Also ich glaube, er hat auch relativ offen gesagt, wir haben uns zu spät dann auch wirklich externe Hilfe dann noch. Also nicht zu spät, man hat alles hinbekommen, aber man hätte sich früher Hilfe dazu holen können. Und wie gesagt, der eine Part ist das rein psychologische. Trotzdem finde ich auch immer noch, wird der fachliche Part schon noch von vielen Firmen sehr unterschätzt. Also allein, wie lange bei uns ein Analyst braucht, um zu erkennen, welche Ransomware-Familie es gerade ist und was so gängige Methoden sind, dem schnell Einhalt zu gebieten. Das ist einfach ein Erfahrungswert, die machen das Woche für Woche. Dann haben wir auch mal eine Podcast-Folge mit unserem Marc Lanzendorfer aufgenommen, der darüber gesprochen hat, wie man dann bestimmte Ransomware-Familien beispielsweise erkennt und wie so die Statistiken sind. Freitag war immer die Ransomware-Familie, Montag war immer die andere. Und das ist unglaublich viel wert, weil es geht halt wirklich um Zeit. Wir können es uns in den Momenten halt nicht erlauben, anderthalb Tage mal zu überlegen, um was es sich da handelt. Sondern man muss halt gleich tätig werden. Und trotzdem bleibt natürlich die psychologische Komponente eine ganz wichtige. Also wir hatten Firmen, die haben drei Tage lang ohne jede Minute starr versucht, das selbst zu regeln, obwohl sie weder die fachlichen noch die operativen Fähigkeiten dafür hatten. Und haben dann irgendwann wirklich die einfachsten Fehler gemacht. Ich sage immer, das sind Leute, die könnte man um vier Uhr morgens in Bauch boxen und sagen, gib mir mal die IP-Adresse von dem und dem System und die wüssten es sofort. In dem Moment kennen die kaum ihren eigenen Namen, weil die so durcheinander sind und so betroffen sind, dass die das nicht mehr hinbekommen. Und wir haben eben als Externe, natürlich nehmen wir das auch ernst, alles was da passiert. Aber wir haben einen notwendigen Abstand, wir haben eine notwendige Routine. Und ich glaube, die ganze Koordination und deswegen legen wir so viel Wert auf diese koordinative Rolle in den Incident Response Teams. Und dass wir wirklich dann in der Leitung sind. Also wir sagen den Kunden immer, wenn wir hier übernehmen, dann übernehmen wir und nicht ihr. Dann gibt es auch kein Aber, Aber, Aber mehr. Das klingt blöd, das klingt hochnäsig, das klingt arrogant. Aber anders kriegt man diese Situation nicht in den Griff. Es braucht einfach eine Leitungsebene, eine koordinative Rolle und dann funktioniert das meistens auch ganz gut. Also schmerzhaft, lang, aber gut. Das hört sich aber alles so ein bisschen jetzt für den Zuhörer, die Zuhörerin, die jetzt gerade uns zuhört, sehr hoch gestochen an. Also das ist jetzt wieder genau so dieser Knowledge Gap, den ich halt häufig einfach mitbekomme. Das, worüber wir hier reden, ist natürlich schon in der Tiefe. Also Patient mit offenem Brustkorb. Viele Kunden und viele Interessenten gehen heute aber immer noch davon aus, und das habe ich letztens auf einer Veranstaltung der IHK Niederbayern Oberpfalz wieder mitbekommen, bei den Fragen, die da so aus dem Publikum kommen. Die glauben immer noch, dass eine reine Endpoint Security komplett ausreicht. Und dann ist man safe und dann passt alles. Das heißt, diesen Gap zu überbrücken von, ich habe ja irgendwie eine x-beliebige AV-Software oder keine Ahnung, irgendwas in der Form, bis hin zu, da gibt es die Möglichkeit, eine Rufnummer anzurufen und da gehen dann Profis ran und die helfen mir, ist natürlich schon gewaltig. Also da stehen natürlich noch eine Menge Punkte dazwischen. Ihr habt ja auch in manchen Folgen schon darüber gesprochen. Das Thema Sensoren, viele Kunden haben gar nicht die Möglichkeit, das mitzukriegen, bis dann tatsächlich auf einmal die Systeme nicht mehr reagieren. Wie kriegt man diesen Sprung von, ich glaube, ich habe irgendwas richtig getan, hinzu, ich bin mir relativ sicher, dass wenn es passiert, kriege ich auch mit, dass überhaupt irgendwas passiert und nicht erst, wenn dann die Lösegeldforderung irgendwo im Postfach oder auf dem Desktop-Wallpaper erscheint. Ja, da gibt es, die Lücken sind sehr groß dazwischen, was du sagst. Tatsächlich, wir haben Unternehmen, die genau das machen, die haben halt seit, weiß ich nicht, 50 Jahren haben sie halt ihr AV, das mal so ein bisschen niederzuschmettern. Das heißt, ja, das funktioniert halt schon auch. Also ich sage mal, wenn dann der Angreifer eine Ransomware droppt, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch erkannt, sei es anhand vielleicht einer Signatur. Das heißt, man kennt halt die Ransomware vielleicht oder vielleicht anhand des Verhaltens, weil die halt Dateien umschreibt, Dateien verschlüsselt. Da gibt es ja diverse Technologien in den ganzen Endpoint-Protections drin, die das dann erkennen können. Das ist schön und gut. Aber da reden wir halt schon wirklich vom letzten Schritt, was sind es zwölf? Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Sagen wir mal von der Infiltration, also wie kommt der Angreifer rein bis zum Impact hinten? Und Impact ist einfach tatsächlich ja Verschlüsselung. Und wenn ich erst an der Stelle ansetze, das kann ich machen, lebe ich halt ziemlich gefährlich mit und muss mich dann halt darauf verlassen, dass der Angreifer nicht so gut ist, dass er das auch umgehen kann. Weil es gibt einfach immer wieder Methoden, solche Sachen auszuhebeln. Und es gibt auch immer wieder Möglichkeiten, wenn Angreifer vorher schon einen guten Job gemacht haben und vielleicht schon gewisse Rechte im System haben, die deinstallieren dann halt die AV-Lösung. Oder die haben vielleicht Zugriff auf die Konsole und da ist halt kein Passwortschutz hinterlegt und kein Multifaktor und sonst halt auch nichts. Die loggen sich dann halt ein und deinstallieren die Agents. Wenn ich das nicht mitkriege, weil es vielleicht Samstagnacht passiert, dann gehen sie halt danach hin, warten, bis das überall deinstalliert ist und droppen dann die Ransomware. Dann wird halt auch nichts mehr erkannt. Also diese Telemetrie-Geschichte, und ich glaube, da reden wir so ziemlich in jeder Folge bei uns drüber, ist halt auch einfach immer wichtiger. Das heißt, ich will eigentlich ja erkennen, wenn dort Dinge passieren, die nicht durch meine eigenen Leute durchgeführt werden. Das kann sein, einfach ein ganz einfacher RDP-Login von Maschine A auf Maschine B. Das kann ein Ausführen von PS-Exec sein oder irgendwie Nutzen von irgendeiner Netzwerkverbindung oder Sonstiges. Das ist natürlich sehr, sehr laut. Das heißt, ich habe da natürlich immer wieder Dinge, die ich mir einfach angucken müsste. Und da kommt halt das Problem, dass die Leute dann sagen, ja, okay, jetzt habe ich hier aber irgendwie 200 Events und ja, was weiß ich, ob der User das war. Also es ist auch gar nicht so einfach und man kann den Leuten das auch nicht so einfach immer vorwerfen, zu sagen, da hättest du ja sehen müssen. Klar sagen, ich sage mal, wir als Security-affine Leute oder vielleicht auch als Security-Analysten oder wenn du unsere Incident-Analysts vor so eine Konsole setzt, ja, die sehen das halt sofort. Die wissen genau aus der Erfahrung raus, okay, wenn diese Dinge passieren, dann ist es eine gute Chance, dass es halt ein Angreifer ist. Aber wenn du damit nicht täglich zu tun hast, ist es halt wirklich schwierig, das zu erkennen. Was nicht heißt, dass man es nicht trotzdem haben sollte, weil wenn ich mich auf AV verlasse, wie gesagt, bin ich halt komplett am Ende der Kette und hoffe halt, dass nichts passiert. Und das ist vielleicht kein guter Ansatz. Also ich glaube, was man da auch immer machen sollte, was ich auch immer mehr versuche, besonders wenn ich merke, dass mir jemand gegenüber sitzt, der technisch da wirklich gar kein Knowledge hat, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, dann wirklich so ein bisschen in den Bildern zu sprechen. Und ich habe neulich mal mit jemandem, mit einem Geschäftsführer darüber gesprochen, der wirklich gar keinen technischen Hintergrund hat, also wirklich nicht die Bohne. Der wusste auch nicht, was Antivirus und so weiter ist und fand ich aber nicht schlimm, er hat gefragt. Also wir haben uns anderthalb Stunden bei Kaffee hingehockt und das ist mir viel mehr wert, als wenn jemand sofort denkt, dass er irgendwas weiß. Und was ich ihm auch gesagt habe ist, naja, wenn du jetzt in einer, wie nennt man es zum Beispiel in einem US-amerikanischen High-Crime-Area wohnen würdest, wo tagtäglich irgendwas passiert und das ist ja ohne jetzt Panik machen zu wollen, da bin ich kein Freund von, können wir gerne ja später auch nochmal drüber reden, das ist trotzdem derzeit der Fall. Also es wird wild um sich geschlagen, dieses gezielte Angriff, wir machen Kim und ich uns immer so ein bisschen drüber lustig, aber ganz oft wird einfach wild um sich geschlagen, derzeit über diesen Ransom-Wert-Tacken. Und so kann es halt potenziell auch jeden erwischen, ohne dass ich jetzt so Marketing-Sprüche hier nachmachen will von irgendwelchen Firmen. Das heißt, wir leben in einer High-Crime-Area, ohne Wenn und Aber. Wir haben am besten noch irgendwie ein LaFerrari in der Einfahrt stehen, aber wir schützen halt alles mit einer Holztür, mit einem Schloss. Und es ist wichtig, dass wir eine Tür haben und dass da ein Schloss dran ist, wir würden das jetzt nicht wegmachen. Aber wir machen ja sonst nichts. Also wir haben zum Beispiel keine Sicherheitskameras in ganz vielen Firmen, die einfach non-stop mal aufzeichnen, was vor sich geht, irgendeine Bewegungsmelder, um vielleicht mal zu sehen, dass jemand jeden Tag um die gleiche Uhrzeit an unserem Haus vorbeiläuft und immer wieder über einen Zaun startet. Also genau diese Ausspähversuche und so weiter, so als ein Beispiel, das zeichnen wir alle gar nicht auf. Und am Ende ist das Allerschlimmste, ist ja das, was oft passiert ist. Diese Tür wird ausgehebelt, dieser Zaun, der schon Riesenlöcher hat, da wird einfach durchgegangen. Der Ferrari ist am nächsten Tag weg und alle wundern sich, was passiert ist. Und das ist eben ganz oft das, was wir haben. Wir haben dann gar keine wirkliche Grundlage zu erachten, was passiert ist. Wenn halt wenigstens Sicherheitskameras da gestanden wären, die das Ganze aufgezeichneten, dann wäre der Ferrari vielleicht auch weg, aber wir hätten zumindest irgendeine Grundlage danach zur Polizei zu gehen, und zu sagen, schau mal, das hier ist passiert, hast du so ein Verhalten schon mal gesehen. Und das meinen wir oft mit diesen Telemetriedaten. Wir tun uns unglaublich schwer in den Situationen, wenn wir keine Arbeitsgrundlage haben beim Kunden. Das heißt, wenn wir nicht sehen können, was ist denn im Guten wie im Schlechten in den letzten vier Wochen passiert bei euch im Unternehmen. Also bestes Beispiel ist eben diese Kamera, die zumindest aufzeichnet, wer im Unternehmen vorbeigelaufen ist. Das mag ja gar nicht schlimm sein, dass da jemand vorbeigelaufen ist und auch ist es per se nicht schlimm, dass jemand über den Zaun schaut. Wenn wir allerdings im Nachhinein sehen, der ist jeden Tag um 14 Uhr da vorbeigelaufen oder wenn gerade die Dunkelheit eingebrochen ist, dann mag es vielleicht ein größeres Problem sein. Aber wir brauchen diese Grundlage, um auf irgendwas arbeiten zu können. Und deswegen, es ist am Ende immer eine Kombination aus Technologien, aber natürlich auch ganz stark, wie ich die Technologien einsetze. Ein AV-Scanner bringt mir deutlich mehr, wenn ich nicht 10 Dollar ausgenommen habe. Was wir auch schon gesehen haben, was auch passieren kann, aber es zeigt eben auch, die besten technologischen Maßnahmen, die teuersten technologischen Maßnahmen bringen nichts, wenn man sie nicht betreiben kann oder wenn man deren Konfiguration nicht stetig überprüft. Und ich glaube, Kim und ich sind beide so angelegt, dass wir teilweise in unseren Gesprächen mehr Wert darauf legen, als nochmal was Neues reinzumachen. Aber es gibt halt nun mal ganz schlimmer Begriff State-of-the-Art-Technik. Und da gehört halt sowas wie EDR, XDR, wie auch immer. Irgendwas, was Daten aufzeichnet und zur Analyse bereitstellen kann, gehört mittlerweile einfach dazu. Und ich lasse mittlerweile, mag auch wieder arrogant klingen, nicht mehr mit mir reden, ob das Unternehmen 50 Mann hat, 100 oder 500.000. Man kann immer darüber reden, in welcher Tiefe man das macht, wie man das operativ macht, ob man da wirklich jeden Tag jemanden hinhockt, der das Ganze durchgeht. Aber an sich die Daten einzusammeln, ist keine Frage der Größe mehr, sondern einfach nur eine Frage, ob man diese Grundlage haben will oder nicht. Und eigentlich kommt man nicht mehr drum herum. Ja, bin ich absolut da, deiner Meinung, eurer Meinung. Jetzt ist natürlich der nächste Effekt, den du dann kriegst. Jetzt hast du die Daten und es gibt vielleicht ein oder zwei Admins im Unternehmen und dann konfrontierst du sie mit den Daten. Sei es jetzt mit Traffic, das ist dann aber auch schon wieder zu weit gegriffen, weil den muss man dann auch letzten Endes verstehen. Oder eine automatisierte Analyse von dem, was diese Werkzeuge, sei es jetzt von Trend Micro oder jetzt in unserem Fall primär von Microsoft, entsprechend ausspucken. Aber dann müsste man ja jetzt was tun. So, das ist das Gleiche wie mit einer Schwachstellenanalyse. Welche Betriebssysteme habe ich, welche Software ist da drauf, welche Möglichkeiten bestehen, Exposure Score, Risk Level und so weiter. Und dann bist du ja am nächsten, an der nächsten Mauer. Weil dann heißt es ja, okay, das ist blöd, das verstehe ich jetzt noch, dass das hier nicht gut ist, wenn der Risk Score bei 100 von 100 steht. Aber jetzt müsste man ja was dagegen tun. Ich sage halt dann, ja, okay, wir können natürlich da unterstützen. Wir werden es aber auch nicht in der Gänze schaffen, weil das ist halt ein Fulltime-Job. Genauso wie dieses, sich damit zu beschäftigen, mit diesen Sensoriken, mit der Telemetrie. Das ist halt eigentlich eine Dauerbeschäftigung, sich da um diese Sachen zu kümmern. Und vor allem, es wird nicht ohne Impact stattfinden. Also ich kann nicht hergehen und jetzt sagen, Entwicklungslaptop auf Windows XP sehe ich unglaublich oft immer noch, leider. Gerade auch im Industriebereich irgendwelche Messstationen, irgendwie eine Prüfstation für die Zugfestigkeit von Draht oder von Seil. Ja, das ist Windows XP. Da hat man irgendwann mal für ein unglaubliches Geld Software gekauft und das hat jetzt aber bitte die nächsten 100 Jahre zu funktionieren. Da den Sprung zu schaffen, dann auch wirklich Maßnahmen zu ergreifen, auch mal tatsächlich sich über automatisiertes Patch-Management zu beschäftigen, damit es Zonen gibt im Netzwerk und so weiter, das ist ja dann die nächste Hürde. Und im Prinzip, wenn man es falsch macht, hat man genau eins geschafft. Der IT-Verantwortliche kriegt Panik. Das erlebe ich leider auch in letzter Zeit immer öfter, dass wir hier von einem recht unsensiblen Konfiguration auf einmal es schaffen, dass die IT-Verantwortlichen paranoid werden, weil sie halt der Meinung sind, jetzt ist überall alles falsch. Die sehen Gespenster letzten Endes. Aber das ist natürlich dann die nächste Hürde. Und ich sage mal, gerade im kleineren Mittelstand ist das halt einfach ein Thema, da kommst du selber halt auch nicht aus. Also das selbst zu lösen, glaube ich, ist eher ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich gibt es dann Dienstleister, aber es braucht natürlich trotzdem auch eine Bereitschaft. Das heißt, es ist eigentlich eher früher als später auch ein Geschäftsleitungsthema. Muss es sein, damit es auch an der Stelle verstanden ist, so wie es Robert gerade erklärt hat. Es muss eher früher als später stattfinden, dass das Verständnis dafür da ist, auf Seite des Kunden und auch die Bereitschaft. Weil sonst, ja, einfach mit Geld draufwerfen auf die Probleme löst die Probleme ja nicht. Ich sehe dann zwar, dass es Probleme gibt, aber auch da muss ich halt dann wiederum Geld draufwerfen, damit es dann gelöst wird. Ja, die Antwort war jetzt keine Frage, aber ja, das ist tatsächlich so. Da sehen wir sehr unterschiedliche Szenarien. Also wir sehen manchmal zum Beispiel, dass wir neue Technologie reinbringen oder vielleicht ein Breach Assessment machen, wo wir sagen, okay, wir zeichnen jetzt mal alles auf, was im Netzwerk passiert und schauen dann irgendwie, wo sind denn da so ein paar Schwachstellen oder ein paar unsichere Konfigurationen. Und am Ende haben wir dann eine Liste von, ich sage mal, 100 Sachen, wo wir dann zu den Admins gehen und sagen, hier, diese 100 Sachen müsst ihr jetzt aber mal fixen. So, dann sagt der Admin auch, wann soll ich das machen? Die Hälfte verstehe ich nicht, ich weiß nicht, was du damit meinst. Die andere Hälfte können wir auch sowieso nicht ändern, weil das ist Teil der Geschäftsprozesse oder was auch immer. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so Office-Makros. Immer noch eine der beliebtesten Angriffe, weil es halt auch überall erlaubt ist und weil es einfach relativ einfach ist für den Angreifer, da sein Zeug reinzukriegen. Also es gibt ja nichts Einfaches, als ein Word-Makro zu schreiben, das bei Öffnen des Dokumentes irgendwie die Malware runterlädt. Also einfacher kann ich es ja gar nicht haben. Oder diese OneNote-Geschichte, die jetzt hochgekommen ist, die nicht mehr gescannt werden kann, weil die Dateien angeblich 500 MB und größer sind. All diese Geschichten, das funktioniert einfach. Wir sehen diese Angriffe täglich irgendwo einschlagen. Und dann sagt man den Leuten, hey, mach doch mal die Makros aus. Und dann sagen die Leute, nein. Das ist so ganz oft der Ablauf. Manchmal hören sie auch auf uns. Aber das ist halt eine Baustelle von den 100, sage ich jetzt mal. Und das umzusetzen und das vor allem auch dann irgendwie durchzukriegen, dass man das umsetzen darf. Da hast du ja eben die Geschäftsleitung angesprochen. Jetzt gehe ich mit dieser Liste von 100 Sachen, das sind ja irgendwie technische Punkte, die ich da drauf habe, gehe ich dann zu meiner Geschäftsleitung, die keine Ahnung davon hat, ja, wie erkläre ich denen denn jetzt, dass wir noch irgendwie drei Leute einstellen müssen, dass wir einen Zock brauchen, dass wir einen Security-Analysten brauchen und irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Downtime brauchen, um das alles zu fixen. So, dann sagt die Geschäftsleitung, nö, machen wir nicht. Also, das ist ein sehr weites Thema, glaube ich. Ja. Und auch mit diesem Alarm, was du gesagt hast, man hat diese Daten, okay, jetzt gibt es Tools, die dann Alarme draus generieren. Egal von welchem Hersteller, gibt es ja die verschiedensten Sachen. Also, A, muss ich mich da natürlich dann 100 Prozent drauf verlassen. Und das kann ich eigentlich nicht, weil am Ende des Tages läuft da hinten irgendein Algorithmus, der basiert auf dem, was, ich sag mal, irgendwelche Leute mal programmiert haben, ja, in irgendeiner Form. Und ja, das lernt irgendwie so ein bisschen dazu und da kommen Informationen immer dazu und das wird immer up-to-date gehalten. Erwische ich damit alles? Nein. So, jetzt kommen die Angreifer morgen mit einer neuen Sache um die Ecke, diese One-Note-Geschichte. Das wird in einer Woche auch erkannt, aber die Woche dazwischen, da wird halt gar nichts erkannt. Und der Haus- und Hofadmin, der mit Security so nichts am Hut hat, der weiß vielleicht nicht mal davon, wenn es nicht gerade auf Heise stand oder irgendwie in den News irgendwie war. Das ist ja auch so ein Thema, wie willst du dich informieren über das Ganze? Wir machen es jetzt aus beruflichen Gründen natürlich oft. Also, dieses ganze Thema Threat Intelligence, was weiß ich, auf den wildesten Quellen kriegst du ja Informationen. Aber wer soll denn das machen in einem Unternehmen? Ja, unterm Strich kommt dabei einfach auch wieder dieser Marketing-Sprech. Es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit. Du kannst halt nur gucken, dass du das Möglichste dafür tust. Robert hat es gerade richtig geschildert mit den Bildnissen und Gleichnissen, einfach das Ganze auf eine Sprache zu übersetzen, die dann auch letztlich der Geschäftsführer versteht. Regelmäßiges Melden macht definitiv auch Sinn. Das sage ich auch den Admins immer dazu, weil du kannst nicht mit deinem Problemberg da in deinem Keller, im Rechenzentrum alleine bleiben. Du musst Leute informieren darüber, dass es so ist. Das bedingt einfach schon der Job des IT-Leiters, dass er halt entsprechend regelmäßiges Reporting macht. Und am Ende ist es die Entscheidung der Geschäftsleitung, was getan wird und was nicht getan wird. Sei es jetzt durch eben Partner, durch Dienstleister, durch SOCs, Managed SOCs. Auch sowas gibt es ja in diverser Ausprägung, dass sich dann halt Fremde um deine Umgebung kümmern und versuchen zu reagieren. Aber letzten Endes, ja, du kannst nicht mit Geld alles erschlagen. Irgendwas wird immer am Ende rübig bleiben. Ja, machen wir mal so ein bisschen das Endpoint-Thema zu, weil das ging weiter, als ich gedacht hatte. Wenn jetzt die Situation eingetreten ist, Incident Response wird in Anspruch genommen, das Unternehmen wird verschlüsselt, das Unternehmen soll Lösegeld bezahlen. Wie läuft denn so eine Verhandlung ab? Macht ihr das? Ist es dann Job der Versicherung? Wer kümmert sich darum, die Lösegeldforderung auszuhandeln? Und wer bezahlt dann letzten Endes? Weil auch das habe ich aus euren Folgen schon mitgenommen. Ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ja, okay, ich bin verschlüsselt, meine Güte. Ich habe Geld, ich habe vielleicht sogar irgendwo ein großes Bitcoin-Wallet. Ich zahle jetzt da mal 200.000 Euro in Bitcoins und dann bin ich wieder safe. Genau so ist es. Nächstes Thema. Nein, also leider, was ist leider? Es ist nicht so. Ich finde es gut, dass es eigentlich irgendwie auch nicht so ist, weil dann viele Unternehmen würden es machen. Die würden dann Geld auf das Problem werfen und würden den Kriminellen, und das ist das, was die sind, würden sie halt einfach noch reicher machen und noch mehr Finanzierung bieten. Und die Finanzierung wird ja auch tatsächlich wieder eingesetzt, um irgendwie weitere Malware produzieren zu lassen und diese Geschichten. Das heißt, man füttert ja damit das System, dieses schlechte System, dieses negative kriminelle System. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, ja, ich zahle jetzt einfach mal. Weil A hast du natürlich verschiedene Hürden. Du musst A mit denen, na ja, kommunizieren. Das heißt, meistens ist das dann so ein Chatportal in irgendeiner Form, wo du dann mit den Leuten sprichst. Und es ist halt nicht so, dass du eine Geschäftsbeziehung hast. Also es ist nicht so, dass du da irgendwie, keine Ahnung, ein Teams-Meeting vereinbarst morgen um 14 Uhr und dann sprichst du da mit jemandem und dann ist das Ding irgendwie gelöst. Sondern du hast halt diesen Chat, da kommunizierst du mit den Leuten und diese antworten dir oder halt auch nicht. Das kann sein, dass du mal zwei Tage gar nichts von denen hörst. Und auch das hat Thomas eigentlich gut beschrieben. Der saß dann stundenlang vorm Rechner und hat auf eine Antwort gewartet. Es kam einfach nichts, weil den Leuten auf der anderen Seite ist es halt völlig egal. Die lassen dich halt warten. Die haben halt noch andere Kunden, also wie auch immer du es nennen möchtest, andere Opfer. Oder lassen es auch einfach mal zwei Tage liegen. Warum auch nicht? Dann kommt noch dazu, dass es verboten ist, dieses Geld zu bezahlen. Ich bin jetzt keine Rechtsberatung. Aber da kann man sich mal informieren, wie das ist mit generell Lösegeld zahlen. Das ist wohl so, dass das hingenommen wird von den Behörden. Das ist das Gleiche, wenn irgendwie die Tochter entführt wird und du zahlst das Lösegeld, um deine Tochter wiederzukriegen. Dafür gehst du nicht in den Knast, weil du das bezahlt hast. Aber es ist eigentlich trotzdem verboten. Also sehr graue Zone. Genau. Und das ist eine Sache, da halten wir uns tatsächlich raus. Als Incident Response Team von Trend Micro zumindest. Da gibt es dann wieder diese großen Firmen, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, die dann mit 20, 25 Leuten in diesen Calls sitzen. Da ist dann auch eine Rechtsberatung mal dabei. Oder die haben Kontakt zu einer Rechtsberatung oder zu Anwälten und dergleichen. Das kann man dort dann auch bekommen. Das kann man auch separat bekommen. Es gibt sogar Firmen oder einzelne Personen, die Unterhändler, glaube ich, würde man es nennen, Negotiator sind. Die reden dann mit diesen Ransomware-Gangs, weil die wissen, wie es läuft. Die wissen, wie man mit denen redet. Die kennen sich sogar teilweise sogar. Das heißt, wenn dann die Person auftaucht und der Gegenüber weiß, ach, der ist es, dann kann es halt durchaus vorkommen, dass die sagen, komm, halben Preis zahlen und ist gut. Also solche Sachen passieren da einfach. Da kann ich nur jedem abraten, das selber zu tun, sondern wirklich Profis ranzulassen. Es ist keine Geschäftsbeziehung. Das ist das, was ich dazu immer sagen kann. Ja, noch dazu, dass man ja auch selber gar nicht meistens das Geld hat. Also ich komme ja nicht einfach so mal eben an Geld in digitaler Währung. Das geht ja nicht mehr so einfach wie vor fünf Jahren. Insofern kann ich es ja auch gar nicht tun. Gut, und wenn das dann alles, wenn die Kuh vom Eis ist, es hat funktioniert, ich habe meine Daten vielleicht wieder oder zumindest zum Teil. Was muss ich denn danach dann tun? Mal so Richtung Robert geguckt. Muss ich dann zur Polizei noch gehen? Muss ich vielleicht eine Selbstanzeige machen, weil ich trotzdem selber bezahlt habe? Wie geht das dann weiter? Ich glaube, da gibt es relativ viele Antworten drauf. Und jeder findet also seine eigene. Also erst mal, wenn ich irgendwie einen Ransomware-Vorfall habe, ist es halt erst mal eine datenschutzrechtliche Meldung beim Landesdatenschutzbeauftragten. Die muss auch im Normalfall innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Das heißt nicht 48 Stunden, nachdem ich jetzt alles gefixt habe, sondern 48 Stunden, nachdem ich es bemerkt habe. Wir haben immer wieder Firmen, die mal unwissend sind und mal versuchen, sich da wahrscheinlich so ein bisschen rauszureden, um zu sagen, naja, aber es ist ja wahrscheinlich gar nichts weggekommen. Naja, aber es wurden Daten manipuliert und vermutlich sind es personenbezogene Daten. Also sobald irgendwo Ransomware ein Thema ist, kommt man von dieser Meldung eigentlich nicht weg. Die muss man einfach machen. Die Prozesse sind da zum Glück so ein bisschen besser geworden. Was so rein BKA, Landeskriminalamt und so weiter angeht, ich glaube, wir sehen alles, Kim. Wir sehen von extrem involviert bis ist gar kein Thema relativ viel. Ist von Land zu Land sogar Unterschied, weil LKA ist ja landeskriminal, das ist ja je nach Land anders und du musst natürlich wissen in der Situation, als sagen wir mal, du bist jetzt Geschäftsführerin von dem betroffenen Unternehmen, da gehst du ja auch nicht auf Google und sagst irgendwie ja, Telefonnummer LKA, du weißt ja gar nicht, wen du anrufen musst. Du rufst die 110 an. Das sind alles so Sachen, das sollte man sich natürlich im Vorhinein mal Gedanken machen. Wieder ein ganz anderes Thema, sorry dafür, dass man sich einen Plan macht. Was mache ich denn, wenn was passiert, dass ich da wirklich schon eine Liste habe mit Ansprechpartnern, mit Telefonnummern und so weiter? Weil in der Situation ist es halt sehr stressig und da irgendwie dann rauszusuchen, wen muss ich denn alles anrufen? Das macht man am besten vorher, diese Liste zu zusammenstellen. Ja und die Frage ist natürlich auch immer, was kann vielleicht da auch politisch beziehungsweise von den Behörden selbst vielleicht noch mehr gemacht werden. Also ich würde mir da auch noch mehr Leitfäden einfach wünschen, weil wie gesagt, wie Kims gesagt hat, es ist auch pro Bundesland irgendwie immer ein bisschen unterschiedlich. Für mich das Wichtigste immer, was ich sagen kann, das was wirklich sauber niedergeschrieben ist, ist 48 Stunden für die datenschutzrechtliche Meldung beim Landesdatenschutzbeauftragten. Alles weitere wird man sehen müssen. Die Frage ist natürlich immer, was erreicht man? Also was wir schon gesehen haben, ist, dass die Verfolgungsbehörden mittlerweile deutlich mehr Wissen in dem ganzen Thema aufgebaut haben und auch wenn die bei uns in Fällen mit drin sind, deutlich produktiver an der Sache mitarbeiten und die Sache auch verstehen. Also da wurde echt eine Menge investiert und ich bin tatsächlich relativ positiv überrascht, was da passiert. Und man feiert ja auch immer mal wieder so kleinere Erfolge, wenn man irgendwelche, ja das heißt immer globalen Gangs hochnimmt. Und wie global das Hochnehmen dann wirklich war, lasse ich mal dahingestellt, weil meistens tauchen die nach zwei Wochen doch wieder überall auf und es ist halt ganz viel Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt nicht, dass diese Arbeit nicht erstrebenswert ist und dass es nicht gut ist, was da passiert. Aber wenn sowas passiert, darf man sich jetzt nicht irgendwie in die Fantasie stürzen, dass die Polizei jetzt morgen jemanden hochnimmt und die Kohle wieder herbringt. Also das ist meistens eher für die große Sache, macht man da was mit den Verfolgungsbehörden und weniger für sich selbst. Ja, die Vorbereitung definitiv. Ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das sollte man vorher auf dem Schirm haben und dann nicht auf dem Schirm, sondern eher auf einem Stück Papier, das irgendwo liegt. Das sagen wir auch immer wieder dazu. Ganz, ganz viele Kunden sind mittlerweile zum Glück dazu übergegangen, Notfallmanagement entweder von uns machen zu lassen, zu begleiten oder halt selber in die Hand zu nehmen. Und das liegt dann irgendwo auf einem Fileshare. Und ich sage dann immer, ja, kommst du da nachher noch ran? Entweder bei Ransomware-Befall oder wenn die Bude abbrennt, dann hast du halt einfach ein Problem. Also das ist eins der wenigen Dokumente oder Sammlungen von Dokumenten, die tatsächlich auf Papier oder irgendwo außerhalb eine gute Existenzberechtigung haben. Finde ich auch nochmal gut, dass wir das so als Hinweis an der Stelle mit jetzt hier im Gespräch drin haben. Ja, jetzt haben wir im Prinzip ja schon wieder so ein Bedrohungsszenario gerade aufgebaut. Also Selling bei vier sollte man ja nicht machen. Finde ich ethisch auch nicht in Ordnung. Was kann man denn sonst noch tun? Also jetzt mal, um sich grundsätzlich zu schützen. Wir haben jetzt gehört, du kannst, wenn es zu spät ist, reagieren. Du kannst auch, bevor es zu spät ist, Leute drauf gucken lassen, sei es jetzt durch Incident Response oder ein SOC, Managed SOC oder du hast auch vielleicht vernünftige Software. Wie kann ich denn überhaupt rausfinden, wie angreifbar ich bin? Und da darf jetzt gerne Robert auch mal seinen Rant Richtung LinkedIn nochmal loswerden, weil da ist natürlich, da hat ja jeder die perfekte Lösung, die deinen 100% Schutz liefert. Sind meistens die gleichen, die dann auch einmal pro Woche irgendwelche Haha-Kommentare von sich geben. Guck mal, da hat es wieder den und den zerrissen. Einfach, einfach Awareness-Kampagnen. Einfach einmal im Monat einen Phishing-Link an jeden User und dann ist man eigentlich sicher. Nein, also es ist wie immer, es ist eine Kombination aus ganz vielen Dingen, die man sehr nuanciert einsetzen muss. Also keine Maßnahme der Welt wird einen auch nur zu 99% schützen. Wenn Security zumindest in der IT-Abteilung immer aktiv im Hinterkopf ist, wäre das schon mal ganz, ganz viel wert. Wenn neue Server aufgesetzt werden, die mit einem gehärteten Image rausgehen, bei dem eben nicht, also ich frage die immer, hey, hier ist PowerShell mit unsignierten Skripten aktiv. Braucht ihr das? Ja, keine Ahnung, haben wir irgendwann mal eingestellt. Also ITler neigen ja ganz gerne dazu, sich über die dummen User beispielsweise lustig zu machen, die auf jeden Link klicken. Aber selbst, wenn ich mir dann halt die Systeme anschaue, wie sie gehärtet sind oder wie sie besser gesagt nicht gehärtet sind, wie Administrationskonzepte aufgebaut sind und da reden wir ja noch nicht mal von AD-Tiering oder so, sondern da reden wir grundsätzlich davon, habe ich einen Exchange-Account für meinen Domain-Admin so in der Art? Da fängt es ja schon an. wenn allein in der IT-Abteilung, glaube ich, einfach mal IT-Security bei jeder Maßnahme, die man macht, zumindest kurz mitgedacht wird. Wenn ich einen neuen Router aufsetze, wenn ich eine neue Firewall aufsetze, mache ich mir Gedanken darüber, wie ich Schwachstellen empfange. Also, wenn wir uns beispielsweise derzeit mal anschauen, wie viele aktiv, exploitable Schwachstellen in Perimeter-Firewalls derzeit drinnen sind, egal von welchem Hersteller, ist das irre. Und die meisten Firmen haben, und das Problem ist, die Hersteller helfen da meistens nicht wirklich, haben halt keinen aktiven Prozess, wie sie diese Schwachstellen standardisiert erkennen und dann auch fixen. Und meistens, wie Kim gesagt hat, bekommt man halt, wenn man Glück hat, ist auf Heise mit. Wenn man pechert, hatte man halt in den zwei Wochen gerade Urlaub und kommt zurück und ist halt nicht zwei Wochen zurückgegangen im News-Ticker. Und ich glaube, da würde schon mal eine Menge helfen, in der IT-Abteilung besonders, Security immer mitzudenken und beim Rest sich immer zu fragen, ist es jetzt eine sinnvolle Maßnahme? Also, es wird einfach nicht diesen Blueprint geben, was ich immer sagen kann. Beschäftigt euch auf alle Fälle mit so Themen, wie beispielsweise so einem Breach-Assessment. Das ist jetzt konkret was, was wir anbieten, aber das muss nicht von uns kommen. Im Grunde genommen, lasst technisch mal wirklich über vier, sechs, acht Wochen mal zum Beispiel bei euch intern und nicht nur das, was von extern kommt, mal euer Netzwerk-Monitoring, euer Netzwerk-Traffic mal monitoren, um zu schauen, was denn derzeit schon da ist. Also, aus unseren Breach-Assessments kommen die vielfältigsten Dinge raus. Mal sind es wirklich, wir haben schon Emotet erkannt beispielsweise, dass das wirklich aktiv ist. Also wirklich die Vorbereitung im Zweifel dann für den Angriff. Wir haben Coin-Miner erkannt auf Systemen. Wir haben aber auch abseits dieser aktiven Bedrohungen haben wir dann allerdings auch extreme Missusage von IT-Systemen beispielsweise erkannt. Also, dass beispielsweise an einem Auslandsstandort von einer Firma, ohne dass es bewusst war, wirklich für alles und damit meine ich für alles der lokale Admin verwendet wird. Und das sind so Dinge, einfach mal eine Baseline zu haben. Wenn ich dann vielleicht technologisch ein bisschen weiter aufgestellt bin, mal sowas wie ein Red-Teaming zu machen, haben wir, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Wir haben da auch über die Frage diskutiert, ab wann lohnt sich das? Also, ab wann lohnt sich ein Red-Teaming? Brauche ich dafür vielleicht ein bisschen technische Grundlage? Ich bin der Meinung, ja. Aber so kann man das schrittweise aufbauen, um wirklich mal einen Status Quo zu haben. Und dann ganz wichtig, das eigene Zielbild definieren. Nicht von irgendeinem blöden LinkedIn-Guru sich das Security-Zielbild definieren lassen, sondern sich selbst zu fragen, und es ist eine ganz legitime Frage, wie viel Security möchte ich haben? Auch jeder kleine Mittelständler könnte sicherlich in hin zu theoretisch berechneten 98% Security kommen. Die Frage ist, ist es ihm wert? Und das ist eine legitime Frage. Und deswegen, man wird selbst erstmal seinen Status Quo, seinen Ist-Zustand festlegen müssen und sich dann fragen, wo will ich hin? Und dann wirklich konkret durchziehen, ein konkretes Security-Programm aufziehen und nicht sagen, ja, ich mache jetzt mal das Produkt und dann später schaue ich nochmal das und dann nein, konkret, was mache ich die nächsten zwei Jahre? Die nächsten drei Monate mache ich die Administrationskonzepte neu. Es geht nicht, wie hier die Leute, die Systeme administrieren. Dann kommt das Thema Endpoint-Schutz. Das heißt Priorisierung. Wir sehen beides. Wir sehen Unternehmen, die sich zu wenige Gedanken machen. Wir sehen aber auch Unternehmen, die sich, klingt jetzt lustig, zu viele Gedanken machen um Security. Das endet nämlich darin, dass sie komplett stagnieren und im Grunde genommen in so einem Schockzustand sind und denken, oh Gott, ich habe jetzt 80 Projekte, welches soll ich anfangen, welches soll ich danach machen? Ich mache jetzt gar nichts so in der Art. Das heißt, man kann sich zu viele, man kann sich zu wenige Gedanken machen. Holt euch externe Hilfe dazu. Lasst die auch immer überprüfen, diese externe Hilfe. Ich habe auch schon selbst von unabhängigen Beratern die krudesten Empfehlungen gehört mit Ransomware-Schutz, ist, wenn du VSS-Copies in deinem Backup-System ausmachst, weil dann kann nichts passieren. Das hat dann 10.000 Euro gekostet, diese Empfehlung, bis hin zu genialen Security-Programm-Konzepten. Ich sage nur mal eins, wenn, egal ob Berater oder Hersteller, verspricht, dass er 90 bis 100 Prozent der Thematiken lösen kann oder beraten kann, dann liegt irgendwas, dann ist irgendwas falsch. Ja, das kann ich, glaube ich, so unterschreiben. Vielen Dank dafür. Ja, es ist eine Menge zu tun. Jetzt reden wir die ganze Zeit aber nur von dem Status quo heute. Trend Micro hat ein schönes White Paper rausgegeben neulich, habe ich gesehen und auch gehört bei euch im Podcast zum Thema, wie kann sich das in Zukunft noch entwickeln? Also dieser Markt, der Security-Markt, die Bedrohungslage und so weiter. Was steht denn da so kurz zusammengefasst drin? Oder wo geht der Trend hin? Macht uns Chat-GPT jetzt die Arbeit kaputt? Ja. Die Antwort ist ja. Ich musste einmal Chat-GPT sagen, ich weiß. Ach so, okay. Wir können noch ein bisschen auf Microsoft Teams rumhacken, aber das ist dann mein Ding. Ja, zu dem White Paper, Robert, ich glaube, da bist du wahrscheinlich deutlich bessere Ansprechpartner. Ja, genau. Also verlinke es auf alle Fälle mal. Es hat nichts mit Trend Micro zu tun, ganz wichtig. Also wie wir nicht versuchen, Werbung für uns zu machen, macht es auch dieses White Paper nicht. Das heißt, es ist wirklich ein relativ wissenschaftlicher Ansatz, wo soll es hingehen, insbesondere mit dem Thema Ransomware. Wieso? Weil man eben schon merkt, dass die derzeitigen Geschäftsmodelle lang noch kein Auslaufmodell sind. Aber es gibt Statistiken, bei denen ich mal sehr vorsichtig bin persönlich, aber es gibt Statistiken, dass beispielsweise weniger Opfer bereit sind, diese Ransom zu zahlen. Und das ist ja das, was einem bewusst sein muss. Diesen Tätern geht es in den allerwenigsten Fällen darum, irgendjemandem direkt schaden zu wollen. Ich will dieser Firma Schaden zufügen. Ich will dieser Firma Daten klauen, um die dann zu veröffentlichen. Nee, es geht darum, dass man diese Ransom bekommt. Und wenn die Leute nicht mehr in diesem riesigen Maße Ransomware-Zahlungen leisten, dann wird es auch schwierig, dieses Geschäftsmodell weiterzutreiben. Deswegen haben wir uns gefragt, wo soll es hingehen mit Ransomware? Also was muss sich verändern? Oder was wird sich vielleicht verändern? Da gibt es ganz viele Richtungen, in die sich es verändern kann. Also eine zum Beispiel relativ interessante Sache, die ich mich auch schon mal gefragt hatte, ist, Stand heute wird mit diesen exfiltrierten, also mit den abgezogenen, geklauten Daten relativ wenig gemacht. Da wird mal was veröffentlicht, da landet mal was auf irgendeinem Marketplace und kann gekauft werden. Aber da liegen ja teilweise übelste Dinge drin, also im ganz einfachen Kreditkarteninformationen. Also wie oft da Excel-Listen mit Marketing-Credit-Card als Titel irgendwie, wo dann wirklich die komplette Kreditkarte inklusive der Codes und so weiter weggekommen ist, bis hin zu irgendwelchen, ja, Intellectual Property, was man sicherlich auch gewinnbringend verkaufen könnte in irgendwelche Länder. Was wir nur gesehen haben und auch ich persönlich gesehen habe, ist, mit diesen Daten, besonders mit Kreditkartendaten, passiert relativ selten irgendwas. Also wir haben Kunden, da sind dann irgendwann Dumps aufgetaucht, wo wirklich auch Kreditkartendaten drinnen waren, aber da wurde nie was abgebucht. Das heißt, man hat sich relativ wenig mit den Daten selbst beschäftigt und hat die eigentlich nur als Vehikel genutzt. Das ist zum Beispiel so eine Sache, dass man mit diesen Daten auch wirklich aktiv was macht. Dann, was natürlich auch man derzeit schon stark sieht, ist, dass es nicht mehr nur diese eine oder diese zwei Erpressungsmethoden sind. Also früher war es wirklich die Verschlüsselung. Ganz weite Teile wurden verschlüsselt. Dieses Thema, wir haben Daten abgezogen, war vor fünf, sechs Jahren ganz oft noch eine relativ lose Androhung und war wahrscheinlich meistens gar nicht so der Fall, dass da wirklich Daten weggekommen sind. Mittlerweile sehen wir in jedem Angriff, dass wirklich Daten wegkommen. Wie viele das sind, kann man nie so genau sagen, bis sie veröffentlicht werden, aber es kommen welche weg. Das heißt, da ist schon mal so ein zweiter Faktor dazugekommen. Mittlerweile garniert man das Ganze ganz gerne noch mit irgendwelchen DDoS-Attacken, dass man tatsächlich zusätzlich dann noch die Website runternimmt oder so, wo ich dann aber auch schon Kunden gehört habe, die gesagt haben, ist uns jetzt auch schon egal. Also ist eh schon alles kaputt, wenn jetzt die Website noch weg ist. Ist aber gut für die Pressemeldung. Ja, man kann die Pressemeldung nicht veröffentlichen, aber das war es auch schon. Hacker greifen NATO an. Genau. Das war so eine Meldung, DDoS irgendwie auf irgendeine NATO-Webseite, die sowieso kein Mensch besucht, den Hacker attackieren NATO-Webseite. Ja, und auch noch ein ganz interessanter Punkt, was wir eben auch schon ganz oft gesehen haben, ist, wir haben teilweise Cloud-Systeme und das soll nichts per se gegen Cloud sein, aber wir haben ganz oft Cloud-Systeme bei Unternehmen, die stehen komplett nackig da. Also die stehen irgendwie direkt geroutet im Internet da, offene Ports, ohne Authentifizierung und so weiter, weil halt wieder typischer wahrscheinlich Lift-and-Shift-Ansatz, man hat irgendeinen On-Premise-Server genommen, hat den mit irgendeinem Tool einfach in die Cloud fortgehoben und hat sich keine Gedanken über das Netzwerk-Design gemacht. Und da passiert tatsächlich bis heute relativ wenig, gemessen an der Angriffsfläche, die da teilweise geboten wird. Was wir ganz oft immer noch sehen auf den Systemen, sind beispielsweise Coin-Miner. Also die werden ganz oft hergenommen, um eben Coins zu minen, wo man ja immer sagt, das lohnt sich nicht mehr. Naja, das lohnt sich nicht, wenn man seine eigene Energie bezahlt, wenn man es aber auf ein Fremdsystem macht, kann sich das schon immer noch lohnen. Und man muss sich immer überlegen, wenn es dann Coin-Miner draufschafft, dann wird es auch was anderes draufschaffen. Und deswegen ist es für mich und auch für Kim glaube ich relativ überraschend, dass auf diesen Cloud-Systemen vergleichsweise wenig passiert. Für mich der ganz einfache Grund ist, dass es On-Premise halt auch einfach noch funktioniert. Und das ist ja auch immer wieder der Grund, worüber wir reden. Da machen sich Firmen ewig Gedanken über sowas wie Zero Days. Aber wieso soll sich ein Ransomware-Angreifer Gedanken über Zero Days, die verdammt viel Kosten auf dem Schwarzmarkt machen? Naja, wenn Excel-Makros genauso gut funktionieren oder die Remote-Desktop- Schwachstelle von vor acht Monaten auch super funktioniert. Und so ist es oft. Und wie gesagt, dieses Paper geht deutlich länger, beschreibt so ein bisschen, wo Ransomware herkommt, wo es vielleicht hingehen könnte. Unbedingt mal durchlesen. Hat glaube ich 55 Seiten. Ich glaube 40, die Sinn machen. Ja, einfach mal durchlesen. Ja, werde ich auf jeden Fall verlinken. Und danke für die Zusammenfassung. Hört sich alles in allem nach einem recht anstrengenden, nervenaufreibenden Job an. Was macht ihr denn eigentlich, um selber nicht in diesen Kaninchenbau zu fallen und selber dann irgendwann einen Vogel zu kriegen? Fange ich mal mit Kim an. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Naja, also ich rede jetzt mal für mich. Ich mache natürlich den Job oder in dem Umfeld auch, weil es mich ja interessiert, nicht nur, weil es ein Job ist. Habe ja mittlerweile zumindest keinen technischen Job mehr. Das heißt, ich habe einen Koordinatorjob. Das ist also eher, naja, Tasks managen und den Leuten irgendwie ein bisschen Arbeit abnehmen und so weiter. Das ist ja also gar nicht mehr so technisch drin, wie es zum Beispiel früher mal im Support war. War mal im Infrastruktur-Support von VMware zum Beispiel. Ganz andere Hausnummer, was so die Technik angeht natürlich. Zum Ausgleich kann ich mich jetzt wieder privat mit Technik beschäftigen, weil einfach der Job halt nicht mehr so technisch ist. Deshalb macht es mir dann wieder ein bisschen mehr Spaß, irgendwie mal was am Gerät zu haben, wie man so schön sagt. Also das eine oder andere mal näher anzugucken, auch vielleicht mal die eine oder andere Malware. Wir haben ja das Glück, wir kriegen ja genug Samples in dem Job. Genau, wenn es dann mal gar nicht technisch sein soll, dann setze ich mich in mein Wohnmobil, neben den Hund und fahre halt nach Holland, Skandinavien, wie auch immer. Weil ich da sagen muss, mittlerweile ist das Wohnmobil auch zur Arbeitsstätte geworden. Also habe das dann so weit umgebaut, dass ich von dort auch arbeiten kann. Ist aber natürlich ein ganz schöner Ausgleich, dass wenn man aus einem stressigen Fall kommt, dann zumindest schon an einer schönen Location irgendwo steht, wo man dann vielleicht mal irgendwie nach Feierabend, wann auch immer das ist, mitten in der Nacht oder manchmal mitten am Tag, je nachdem, kann man dann auch mal ein schönes Lagerfeuer machen und mal was kochen und so. Also das ist eigentlich ein ganz, das ist ein sehr extremer Ausgleich, glaube ich. Und das machen auch nicht die meisten, aber ich finde es persönlich eigentlich ganz gut. Das klingt super. Beim Robert weiß ich, Radfahren ist hauptsächlich sein Ding. Ja, alles. Es war mal Radfahren. Ja, ich habe mittlerweile drei Kinder, ja. Also von dem her, ich habe einen ganz natürlichen Ausgleich und komme da gar nicht auf dumme Gedanken. Was ich für mich gelernt habe, ist wirklich, dass ganz vieles davon einfach nicht an mich ranzulassen, klingt immer blöd, aber ich habe früher viel auch immer Arbeitstechnisches, Technisches als so eine Art Hobby gesehen. Damit habe ich einfach aufgehört irgendwann, weil ich nicht mehr die Kapazität dafür hatte. Und wenn es auch noch so spät ist am Abend, meinen Rechner zu klappt oder meinen Notebook zu klappt, dann war es das für mich. Also ich, das klingt jetzt ganz abgedroschen, aber wenn irgendwo in der Tagesschau irgendwie was über Cybercrime oder so kommt und ich halt gerade Feierabend habe, dann interessiert mich das irgendwie nicht mehr. Das ist, ich weiß nicht, wodurch das gekommen ist, wahrscheinlich so ein bisschen Abnutzungserscheinung auch irgendwann. Aber ja, also ähnlich wie Kim bin ich ja auch nicht mehr Tag für Tag an der Technik dran, für relativ viel architektonische Termine, mache auch bei uns in Richtung Vertriebssteuerung eine Menge. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass man sich da nicht mehr völlig verrückt macht. Ich meine, früher musste man sich teilweise verrückt machen, wenn man halt irgendwo, auf Deutsch gesagt, eine Migration verkackt hat bei einem Kunden, dann hat man das halt auch gefixt und wenn es noch nachts war. Das gehört zum Job dazu und auch zu so einem gewissen persönlichen Ding dazu, wenn man irgendwas verhaut und es wird immer mal wieder passieren. Ich glaube, jeder, der einen technischen Job macht, weiß das, da wird mal was passieren, dann fixt man das und das habe ich jetzt nicht mehr so häufig, wie gesagt, drei Kinder, die lassen mich das eh nicht mehr als Hobby darstellen und ja, ansonsten dumme Radfahrten. Ich stehe so auf so, ich fahre im Sommer gerne so 300, 400 Kilometer Fahrrad am Stück und da mache ich tatsächlich dann, da kriege ich dann die besten beruflichen Ideen immer, da bin ich am kreativsten. Ja, macht auf jeden Fall den Kopf leer. Da ist zum Beispiel der Podcast entstanden. Bei einer 350 Kilometer Rattu ist diese Idee des internen Podcasts entstanden, woraus dann der externe entstanden ist. Ja, das macht den Kopf auf jeden Fall leer. Sehr leer, ja. Das strecken halt auch, ne? Ich meine, das fahre ich mit einem Auto vielleicht und du fährst mal eben im Rad, ja. Ja, mal ebenso, leider nicht, aber es hilft mir, ja. Ja, aber es ist ein guter Punkt mit diesem Abschalten. Ich glaube, man muss es einfach für sich lernen und jeder braucht da seinen eigenen Weg. Ich habe für mich gelernt, ich mache mich nicht mehr verrückt, deswegen. Es bringt nichts. Das ist richtig. Noch nie hat dieses Grübeln einen in irgendeiner Form weitergebracht. Da wäre auch für die geplagten Admins, die zumindest wissen, dass was los ist, auch manchmal eine gute Idee, wobei du natürlich als interner Admin immer ein bisschen schwieriger dann einfach zuklappen kannst. Das, was du vorhin gesagt hast, Robert, daher kennen wir uns ja auch von deinem und meinem alten Arbeitgeber, die nicht die gleichen sind, aber wenn du halt den Hut auf hast, hast du den Hut auf. Dann gehst du halt nicht ins Bett, sondern du machst, bis es wieder geht. Und das hat schon einen gewissen Charme, eben diesen Abstand dazu zu haben jetzt. Also ich sage auch immer dazu, ich möchte mit ganz vielen Leuten, mit denen ich mir technische Ideen ausdenke, die sie dann betreiben müssen und nicht tauschen. Das heißt nicht, dass ich nicht an die Technologie glaube, die ich da platziere oder so. Aber ich weiß halt, dass es was anderes ist. Wenn wir einfach mal ein POC machen oder halt über irgendwas drüber schauen, dann kann man immer sagen mit, ja, mach doch das anders, mach doch das anders. Es muss natürlich in dem Gesamtkonstrukt laufen. Und ja, wir haben auch wir, selbst als Trend, wenn man es mal aus der Brille sieht, wir haben natürlich kaum Leute, die Security als ihr Kerngeschäft haben oder als Kernjob Beschreibung, sondern es ist immer Beiwerk. Es ist oft schade, weil sie es oft noch konzentrierter gerne machen würden, aber es ist halt nun mal die Realität. Und wenn ich dann natürlich, ja, wie bei deinem alten Arbeitgeber gerade entscheiden muss, mache ich hier gerade das Update oder liegen hier gerade 50 Notebooks, die halt relativ schnell an Mann und Frau kommen muss, dann wird es irgendwann immer eine geschäftstechnische Realität geben, die sagt, die Leute müssen arbeiten und deswegen brauchen die die Notebooks. Und dafür, finde ich, muss man besonders in der Security-Branche vielleicht hier und da auch noch mehr Akzeptanz entwickeln, weil ja, es wird immer alles sehr einfach gesagt mit hier, zahl doch nicht das Lösegeld, hier spiel doch die Updates rein und so weiter. Und es gibt auch genug blöde Dinge. Kim und ich hatten auch schon Situationen, wo man gepreachten Kunden sagen musste, ey Leute, das war halt einfach grob fahrlässig, was sie da gemacht haben. Aber wir hatten auch schon genug Fälle, wo wir wahrscheinlich für uns alle festgestellt haben, das hätte uns so auch passieren können. Ja, dann jetzt sehe ich gerade, der Kim ist gerade rausgegangen oder geflogen. Ich weiß nicht, warum, aber vermutlich geflogen. Dennoch einfach weitermachen, nämlich die berühmten letzten Worte richte ich jetzt gleich dann natürlich als einzigen noch Teilnehmer an den Robert. Hast du abschließend noch eine Nachricht oder eine Botschaft, die du unseren Hörern mitgeben möchtest? Ja, ich glaube, nicht in Panik verfallen. Also dieses, was teilweise mittlerweile in der Branche auch marketingtechnisch, aber auch, glaube ich, unbewusst von Leuten passiert ist, diese ewige Panikspirale. Also ich mag mittlerweile, auch wenn sie natürlich irgendwo stimmen, diese Sätze mit. Das ist nicht eine Frage, ob, sondern wann man angegriffen wird. Ich mag diese Sätze nicht. Sie mögen irgendwo stimmen, aber sie zeichnen oft ein Bild, das so auch nicht ganz stimmt. Also wenn wir uns die Incident Response Situation oder allgemein Breaches bei Unternehmen anschauen, muss man weiterhin sagen, ganz viel davon wäre relativ gut vermeidbar gewesen durch Basismaßnahmen, durch ein bisschen besseres Verhalten, durch vielleicht eine bessere Datenvisibilität. Das soll nie eine Schuldzuweisung sein. Das soll einfach nur heißen, da sitzt jetzt nicht der Nonplusultra-Hacker, der jetzt gerade diesen Mittelständler angreifen wollte und zerstören wollte, sondern es ist blöd gelaufen. Das nächste Mal macht man es besser. Aber für mich bleibt es immer gleichermaßen schmerzhaft wie eigentlich schön, dass ich sehen kann, dass ganz viel von dem, was wir bearbeiten, vermeidbar gewesen wäre. Und deswegen sage ich auch, verfallt nicht in Panik, aber geht es bitte an und zwar mit Schmackes. Okay, also Douglas Adams, Zitat. Ja. Deine letzten Worte, danke dafür. Kim ist wieder da. Kim, deine letzten Worte. Ich war nie weg, es ist fast nichts passiert. Einmal in jeder Folge muss ja mal was sein. Okay, Windows-Updates installiert, oder? Zum Glück kein Windows hier bei mir. Okay. Hast du noch irgendeine letzte Nachricht, Botschaft für unsere Zuhörer? Ja, macht Office-Makros aus, Leute. Ich meine es ernst. Ihr erspart euch viel Arbeit, viel Geld. Ihr müsst uns nicht anrufen als Incident-Response-Team, im besten Fall. Vielleicht noch als zweites, weil wir es eben so als Thema hatten. Das geht vielleicht eher an, sagen wir mal, an die IT-Leitung oder vielleicht auch an die CISOs. Wenn es mal vorkommt, dass eure Administratorinnen und Administratoren ein Wochenende durcharbeiten und machen und tun, würdigt das auch. Die tun das in der Regel auch nicht, weil sie so viel Spaß dran haben, sondern weil es halt notwendig ist. Gebt den auch mal frei. Ich weiß, dass es leider oft nicht der Fall ist, sondern dass man irgendwie bis sonntags arbeitet und dann Montag wieder um neun im Büro zu erscheinen hat. Genau, da würde ich mir ein bisschen mehr Anerkennung für die Leute wünschen, die im besten Fall verhindern, dass überhaupt was passiert. Und die zähle ich immer so ein bisschen zum Blutteam dazu, dass nicht nur die Analysten sind und die Incident Responder, sondern auch die Leute, die überhaupt erst die Sicherheitsmaßnahmen aufbauen, dieses Thema aktuell halten und so weiter. Und das ist ein verdammt harter Job. Wäre schön, wenn die mal ein bisschen mehr gewürdigt werden, die Leute. Da gehe ich absolut mit. Ab und zu auch mal, wenn sie denn schon die ganze Nacht da sitzen, mal vielleicht eine Pizza vorbeibringen. Das hat mein alter Chef tatsächlich getan bei größeren Ausfällen. Dann kam der und hat wirklich Essen gebracht. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Laune oben bleibt. Und am Ende dann, wenn man fertig ist, vielleicht noch eine Flasche Bier oder so und dann passt das auch. Genau. Ja, vielen Dank euch beiden. War ein fantastisches Interview. Freut mich auch, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Und ja, wie gesagt, für den oder diejenigen, die es jetzt interessiert hat, guckt einfach mal unten in die Shownotes. Wir haben da entsprechend dann auch die Dokumente und Dinge, die wir heute angesprochen haben, auch direkt verlinkt. Natürlich auch ein Link zu Breach FM. Folgt den beiden Jungs auf jeden Fall auch, wo man denen folgen kann. Ist ein sehr hörenswerter Podcast. Macht definitiv Sinn, sich da auch, gerade wenn man den Hut auf hat für IT im Unternehmen, einfach regelmäßig mal schlau zu machen, was es denn da so alles gibt. Ja, und auch bei uns natürlich gerne folgen, liken, was auch immer. Hinterlasst irgendwelche Kommentare auch. Da freuen wir uns immer drüber. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Vielen Dank und bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss. OFF-REGEN ARMSLV 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 FERRRgate ARMSLV ARMSLV